Hi, ich bin heute im Lieblingsmöbelhaus der Deutschen, nämlich bei Ikea. Und ich werde dir heute zeigen, wo man hier bei den gelben Schweden wirklich sparen kann, welche Angebote und Vorteile man so mitnehmen kann. Das heißt, ich führe dich einmal durchs Haus und zeige dir wirklich alle Tipps und Tricks. Komm mit! Einer meiner Lieblingsplätze bei Ikea ist die Fundgrube. Die befindet sich in der Nähe der Kassen, immer links und rechts, also direkt davor. Und dort findest du nämlich ganz viele Stücke, die zum Beispiel direkt aus der Ausstellung sind oder auch leicht beschädigt sind. Dafür sind sie aber auch schon teilweise zusammengebaut, so wie die Möbel. Und sie sind um einiges günstiger. Ich habe hier schon wirklich einiges gefunden für meine eigene Wohnung. Du solltest bei deinem nächsten Einkauf auf jeden Fall deine Ikea Family Card mitnehmen. Und wenn du noch keine hast, dann solltest du dir eine ausstellen lassen, denn damit kannst du richtig viel Geld sparen. Die Ikea Family Produkte erkennst du an den blauen Schildern im Laden selber oder auch online sind sie gelabert als Ikea Family Produkt. Außerdem solltest du nachschauen, was in deinem Ikea Markt gerade die wöchentlichen Ikea Family Angebote sind. Du bist ein Tollpatsch, gar kein Problem mit der Ikea Family Card, denn solltest du irgendwelche Schäden verursachen beim Transport oder beim Aufbau, erstattet dir das Ikea mit der Ikea Family Card. Du hast Kinder, dann solltest du sie auch auf jeden Fall bei Ikea Family anmelden, denn sie erwartet auf jeden Fall eine Überraschung. Sie kriegt zum Geburtstag ein 5 Euro Ikea Coupon. Wie wir den Tipp noch nicht kennen, eine Ikea Family Card ermöglicht einem nicht nur viele Rabatte, sondern auch so viel umsonst Kaffee wie du möchtest. Das heißt, mit deiner Ikea Family Card kannst du eine Tasse bekommen, dann kannst du eine Kaffee, Latte Macchiato, Cappuccino oder was auch immer einfach umsonst bei Ikea trinken. Du kennst es bestimmt, nach dem Umzug willst du den Ikea Schrank wieder aufbauen und es fehlt plötzlich genau irgendeine Schraube oder ein Scharnier. Dafür musst du aber nicht in den Baumarkt gehen, sondern du kannst hier zum Ikea Service Point oder Kundenservice gehen und da dir umsonst die Ersatzteile aushändigen lassen. Das Ganze geht auch online, alle Infos dazu und das Antragsformular findet ihr unten in der Infobox. Du ziehst zum Beispiel um, dann solltest du dir bei Ikea auf jeden Fall das Coupon-Heftchen für deinen Umzug holen, denn da gibt es nämlich einige Sachen umsonst und vergünstigt. So zum Beispiel die Umzugskartons oder die große Ikea-Tasche. Außerdem kriegst du Sachen wie eine Duftkerze oder eine Klobürste um einiges günstiger. Wie bekomme ich meine Sachen nach Hause nach einem Ikea-Einkauf? Du hast hier mehrere Optionen. Erst einmal kannst du am Ende deines Einkaufs dir natürlich die Sachen hinten abgeben und dann für einen bestimmten Preis liefern lassen. Oder du kannst dir auch hier vor Ort einen Transporter oder Anhänger ausleihen für wenig Geld. Oder jetzt auch kostenlos ein Lastenfahrrad. Außerdem kannst du zum Beispiel auch überlegen, ob du dir vielleicht von einem anderen Unternehmen Transporter mietest, wenn das zum Beispiel günstiger ist, und direkt hier zum Ikea fahren und dann damit die Sachen wegbringen. Du weißt schon ganz genau, was du haben willst und hast auch gar keine Lust mehr zum Ikea-Markt zu laufen. Dann kannst du das Ganze auch online bestellen und dir liefern lassen. Das lohnt sich auf jeden Fall bei nicht so vielen Sachen. Und du kriegst die Sachen bis zur Haustür nach Hause geliefert. Bei der Paketlieferung variieren die Preise zwischen 3,90 Euro und 9,90 Euro. Oder das Ganze wird per Spedition gebracht zwischen 29 Euro und 129 Euro. So ein neuer Kleiderschrank kann echt teuer sein und wirklich einiges an Geld kosten. Aber im Endeffekt lohnt es sich zum Beispiel, wenn man sich diesen Modulschrank Pax holt. Man kann dann mit ganz vielen verschiedenen Modulen sich selber zusammenbauen. Und auch ist das Tolle, wenn man einmal dafür das Geld ausgegeben hat und eben, wenn man keinen Bock mehr drauf hat, zum Beispiel auch die einen Fronten, kann man die immer auswechseln gegen eine andere Farbe, gegen Glastüren. Oder auch wenn man sie zum Beispiel zusammenzieht, kann man den Pax-Modulschrank auch weiter ausbauen. Das heißt, man holt sich zum Beispiel neue Teile dazu, erweitert den oder baut ihn von innen nach außen auch anders auf. Wenn du wirklich sparen willst, solltest du auf jeden Fall vorher was essen. Denn bei Ikea lauern überall Fallen, wenn man Hunger hat. Also erstmal im Restaurant, dann unten noch im Shop. Also da wirst du auf jeden Fall einiges einkaufen. Und du verlierst aber ja nicht nur Geld, was du für Essen ausgibst, sondern du sparst auch noch Zeit. Wirf auf der Ikea-Shop-Seite regelmäßig einen Blick auf den Bereich Neue Angebote. Hier erwarten dich regelmäßig neue Rabattaktionen auf unterschiedliche Produktkategorien, die mal einen Tag oder mal einen ganzen Monat gültig sind. Außerdem lohnt es sich, den Ikea-Newsletter zu bestellen mit vielen Schnäppchen. Du willst noch mehr sparen? Bei uns auf sparwelt.de findest du unter dem Suchbegriff Ikea regelmäßig aktuelle Gutscheincodes, die du gerade im Online-Shop anwenden kannst. Außerdem hat Online-Einkaufen bei Ikea noch einen Vorteil. Du kannst schon online alle shoppen und dann mit deinem Einkaufszettel vor Ort in der Lagerhalle deine Sachen einfach abholen. Da musst du nicht mehr durch die Wohnwelten durch und vermeidest so auch Spontaneinkäufe. So, ich gönne mir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Zimtschnecke und hoffe, dass du auch einiges vom Video mitgenommen hast. Auf jeden Fall, dass du jetzt beim nächsten Ikea-Einkauf alles vielleicht ein bisschen mit anderen Augen siehst und mit einem einigen dickeren Portemonnaie am Ende bei Ikea rauskommst. Solltest du auch noch Tipps haben, schreibe sie uns unten in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und hinterlass uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn du noch mehr Videos von uns sehen möchtest, abonnier auf jeden Fall unseren Kanal und ich freue mich dann schon, dich beim nächsten Mal vielleicht ja auch hier im Ikea Berlin beim Shoppen bei Ikea zu treffen. Bis dann!